liebe freunde das ist fußball die fans sind zurück und jetzt soll mir einer sagen mit eben diesen fans im rücken wäre das ja das ist fast eine andere sportart als wenn die ränge leer sind das macht einfach spaß wenn es dann noch friedlich bleibt natürlich top man merkt hier steckt extrem viel drin kann ihn verraten auf der tribüne sind alle handys gezückt alle genießen das und wollen zu hause zeigen hier guck mal mama guck mal papa da war ich heute alle spiele live nur bei magenta sport